So hast du mir echt die Lust, wirklich. Ja, wow, jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal neu machen, man, das ist doch kacke. Alter, hätte ich das gewusst, hätte ich einen Stein verwendet, ey, ganz ehrlich. Was speicherst du denn auch? Mann, verpiss dich. Also ganz ehrlich, das nimmt mir mega die Lust vom Spiel. Weil ich habe nicht so Bock, sinnlos Zeit hier zu investieren, wenn dann wieder alles von vorne ist. Die Zeit habe ich nicht im Leben, dann kann ich Soul-Spiele spielen, mache wegen mehr Spaß. Da weiß ich, woran ich bin. Weißt du, jetzt muss ich diesen ganzen Dreck wieder machen, Mackie-Moulen. Hat ja nicht ewig gedauert. Ich weiß nicht, den Drachen habe ich auch umsonst gekillt. Christin auch umsonst geholt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann darauf noch Lust habe. Das ist eher frustrend. Das ist eher frustrend. Ich weiss. Du hast aucharte. Ich weiss. Aber das ist eher Angst, warum. Ich weiss. Du hast mich. Hm. Das speichern denn überhaupt hier was? So, da muss ich jetzt komplettes Spiel so lange anlassen, bis ich das beendet habe. Weil das Speichern hat ja allgemein nichts mehr gebracht. Wobei, wenn man stirbt, dann ist das wahrscheinlich der Speicherpunkt dann. Oh, das ist grad mega frustrend. Hm, okay. Oh, das ist ja so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Versuch jetzt schnell zum Punkt, dass wir das hier wenigstens fertig haben. Oh no, man ist das. Oh, bin ich zu früh, da sind noch keine Monster. Oh, sorry. Oh, Monster. Oh, das ist das. 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 Das. Das ist 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 das. Dreck. Das. Das ist das. Das. Das ist das. 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 Das ist 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 das. Sie sind hinter uns. Was ist das? Was ist das? Hier! An Angewaltigung des Colds, um unsere Feen zu fangen. Naught kann man was erreichen, ohne Feen. Stay with me, Arisen. I'm going to move right there. What does that? I'll not forget this enough. Was ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Nein. Sackgasse. Und der rennt voll rein. Das ist klar. So. Bloop, 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 bloop. The beast fell powers are twice as terrible in the flesh. You know the real nature of the dragon. I will protect you. I will protect you. I will protect you. I knew that I could count upon your strength arisen. Wow. So rennt der jetzt gleich wieder vor und lässt sich killen und ich muss ihn mit einem Stein beleben und hatte noch weniger Chancen? Wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Ja! Oh mein Gott, der rennt halt wieder vor, ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Oh, eingespart. Mal gucken, ich lass es diesmal ganz. Bestimmt kein Fehler oder so. Kommt der noch her oder nicht? Soll ich es nehmen? Hier. Oh. Na Mensch, Uppsala. Ich habe nichts gemacht, ich bin gestolpert. Da war so ein Kieselstein. Wunderbar. Ja. Das ist doch schön. Bippie. 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 Es hört erstmal zum Lager aus, äh, zum Lager aus, zum. Äh, warte mal. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur was kaufen. Am I, I interest you in... ...my humble... ...where's... Ja, genau. Ihr kümmert euch darum, dass wenn ich Heilung brauche, ist klar. Darauf, das, darauf vertraue ich jetzt nicht. Ja. Okay. Okay. Well met, sir. so schlafen 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 denn ich will mit dem wenigen leben jetzt nicht noch mehr was kennen so wo ist denn der dude jetzt der war auf jeden fall irgendwann der küsse ich glaube das ist nicht der richtige weg wer denn dieser kristall sag mal kannst du meine mark immer grad lassen sie die 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 Wir machen überpowering our foes all the simpler. Weeeee! Ah, ich glaube, der war in der Richtung. Und ja, hier gibt's ja kein Wasser mehr. Das ist ja das üble. Deswegen war ich auch so verwirrt. Ist ja alles ausgetrocknet. Hallo? Alter, was für ne Stimme. Einfach so mega... Cute, kawaiiie! Also mit Dämonen hörnern und so'n Scheiß. Cute! Tis a pity, we must part off. Please dispense with the formality. Yes, kommit. Oh, ne! Die Early Griffin get's the one, as they say. Oh nein, sie wird mir vor auf den Sack gehen. Hey, wo kommt der Block her? Mein kleiner Schwibbelschwabbel. Aua, Schwibbelschwabbel hat mich angezündet. Das hat wehgetan. Mir liegen lauter Reisesteine, what the fuck? Was ist das schon wieder? Nee! Ich hab jetzt Angst! Komm mit, wir gehen einfach weiter. Wir gehen weiter! Kommt jetzt! Was ist da schon wieder los? Wir gehen weiter! Hilfe! Ah! Oh! Oh! Fokus! A moment of indecision may spell our belief. Understood. Gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 das sieht ja so nicht sowas von nicht einladend aus ein polstein darf ich da noch ran oder werde ich direkt getötet einlagern nice es Das war's für heute. Das war's für heute. Alles in Schutt und Asche. Das ist echt scheiße. Dass du ein Händler bist, weiß ich nicht. Unvorstellbar. Der verkauft ja nur Schrott. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's. Das war's für heute. 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 Und ansonsten ist nicht viel los hier heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein verpiss... Nein verpiss dich! Wtf? Quatsch mich an und da kommt ein scheiß Vieh. Wie komm ich denn da hin? Da... Da geht's nicht hin. Sieht? komm ich da oben vielleicht da ist eine kiste ich suche doch nur den weg und ich werde verfolgt sehr schön für dich so wie hier werde ich halt auch nicht hochkommen klettern ist in dem spiel nicht so hat man gerade gesehen schön den tod gejumpt tja ich muss da irgendwie hoch was ein schüt ich bin eingefroren oh ist ein kisser ich schaunt allow any further harm to come to you ich bin Hm, das führt auch nicht dahin, schade. So. 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 Rage is on. Do not let down your bard. Yay, ganz wichtig. Ice can be dead. I will protect you. I can't run five meters. This is right here. Action. A bit stressful. Hmm. Okay, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier oberhalb der Ruin, oder was? Oder nicht? Nee, der Weg funktioniert leider auch nicht. Hm. Hm. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. What? Fort fell from the beast as it breathed its last. What? Okay. Now. 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 Hello. Now. Now. Ach, nee, Alter. Come on. Without reason, we're under attack. I have but two words for that performance. Oh, Reisestein. Jetzt kriege ich die Dinger hinterhergeschmissen, weißt du? Die finde ich aber nicht so schlecht, die sind nämlich sauteuer. Und ich glaube, ich werde die öfter brauchen. Ich finde leider aber nicht den Lindwurm-Kristall-Dude. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich komme da irgendwie nicht mehr hin. Vielleicht ist das hier irgendwo. Weil da war in so einer Höhle drin. Musste jetzt sehr beschissen drumherum laufen. Wegen dem Wasser. Naja, das ist nicht hier. Hä, wo war der? BTF? Jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß es nicht. Da ist der Tiefsee-Schrein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich reise erst mal zurück. Ja, können wir schon mal mit dem Ersten. Oh, was das das sagen? Das sind die Zeit, aber wir werden uns feststellen, dass unsere Tür örtet werden und... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll remain open and our beds, you know where to find me. Oops, hear me forgifted. Might as well take him. Look while you're here. Hm. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was hatte ich dann gekauft? Hier gibt es wahrscheinlich auch andere Sachen, ne? Hatte den Löwenlord. Oh my god. Five. So, before you check the price. So, ich guck mal, ob ich was für Mark immer noch finde. Könnte der vielleicht auch bessere Klamotten gebrauchen. Ein Hexenhut, geil. Aris Morphrobe. Morphorrobe. Morphrobe. Ich glaube, ich hole dir das. Ah, wobei. Okay. So viel besser macht es das auch nicht. Ich guck mal, ob es vielleicht noch andere Waffen gibt. Oh my god. Komm, take a look. Hm, schade. Oh. Oh. Für sie wäre es eigentlich nicht schlecht, aber ich habe nicht genug Geld. Mist. Oh ja.